Kennst du auch? Wenn alle deine Kollegen so Kinder bekommen und alle nur noch über ihre Kinder reden und auch die ganze Zeit ihre Apferheiten, Lebensbeträume so auf ihr Kind projizieren und zum Beispiel dein Kollege dann so sagt, du, ich sag dir, der Thor Baptist, der ist jetzt erst drei, aber er redet jetzt schon wie einem Fünfjährigen. Und du findest so, ja, was bringt das dem? Da bringt jetzt dem Thor Baptist genau nichts fürs Leben. Wenn er erwachsen ist, was machst du denn? Dann sagst du so, du, er ist jetzt 58, aber er redet jetzt schon wie ein 60-Jähriger. Kennst du auch?